Jo Freunde, ich habe das neue FIFA 23 geholt. Das allererste, was ich machen werde, ist erstmal meinen Vereinsnamen zu ändern. Den seht ihr nämlich ganz oben links und ja, wird jedes Mal übernommen, obwohl ich es eigentlich in jedem FIFA immer ändere, den Vereinsnamen, aber gut. Falls ihr auch wissen wollt, wie man das macht, einmal in diesem Video, kurz als Erklärung, ist nämlich nicht so einfach zu finden, was wir dafür machen. Wir gehen einfach hier bei Menü, dann auf Ziele, da gehen wir auf X, also bestätigen einfach und dann sehen wir hier verschiedene Ziele oben, ihr wisst Bescheid. Wir gehen auf Grundlagen und dort gehen wir hier einfach auf Grundlagen 1 hier rüber und da seht ihr, ändere den Namen deines Vereins. Das müssen wir machen und dann haben wir schon den Vereinsnamen geändert, das rufe ich mal kurz auf. So, Vereinsname ändern, das Ganze machen wir einfach mal in Ultimate Team. Ich zeige euch mal kurz, wie das Ganze hier funktioniert. Ultimate Team, so, ein bisschen schwierig mit Controller, dauert ein bisschen. So, oder wir machen einfach mal, komm, wir machen Ultimate Team mal direkt hier, bevor ich es wieder doppelt machen muss. Zack, fertig. So, Abkürzung Ult ist okay, Vereinsnamen bestätigen, dann müsst ihr einmal drauf gehen, dann OK drücken. Bist du mit deinem Vereinsnamen zufrieden? Ja, und ja, mehr braucht ihr nicht machen. Dann habe ich jetzt erstmal nochmal ein Gold Pack hier bekommen. Bronze Gold Pack, abholen, perfekt, untauschbar. Und jetzt gehe ich mal zurück, nochmal zurück und dann seht ihr, oben links steht jetzt Ultimate Team. Das ist jetzt einfach mal ein neuer Vereinsname. Wird auch dann natürlich im Spiel, wenn ihr normalen Game zockt, angezeigt. Und ja, mehr braucht ihr nicht machen, das dazu. Wenn es euch gefallen und vor allem geholfen hat, gerne ein Like da lassen, gerne ein Abo da lassen und schreibt mir auch gerne in die Kommentare, ob ihr mehr von FIFA sehen wollt. Habe ich ja in der Regel nicht gemacht auf diesem Kanal, aber ja, würde mich freuen, wenn ihr das mal reinschreibt, eure Meinung dazu. Und dann würde ich sagen, bis zum nächsten Video, haut rein und ciao.